Wir haben heute einen ganz besonderen Gast hier bei Geschichten, die verkaufen und zwar einen unserer Teilnehmer, den Tim. Und der Tim hat in 2021, man kann es kaum glauben, noch einen Podcast gestartet und alle haben gefragt, ist das nicht schon zu spät? Ist man denn nicht irgendwie der Letzte auf der Welle, wenn man 2021 noch einen Podcast startet? Das werden wir den Tim gleich mal fragen. Kleiner Spoiler, er ist aus dem Stand auf die Platz 13 Position in den Apple-9-Show-Charts gekommen. War nicht ganz unerfolgreich, aber was er damit erlebt hat, was daraus wurde und vor allem, wie er da hingekommen ist, das wird er uns gleich selber erzählen. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast, der noch mehr Kunden, noch mehr Umsatz, noch mehr gute Geschichten in die Welt tragen möchte. Und ich habe es schon gesagt, wir haben Tim Launhardt heute da. Tim Launhardt ist ein Versicherungsexperte. Wir haben schon ein paar Mal hier drüber über ihn gesprochen und heute haben wir es wirklich hinbekommen, dass er auch mal da ist. Herzlich willkommen, Tim. Hallo Bernhardt, hallo Uwe, grüßt euch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, also du warst bei uns bei Geschichten, die verkaufen. Wie kam es, dass du überhaupt von uns gehört hast oder was hat dich bewogen als, ich sage jetzt mal, Branchenfremder in dem Marketingbereich, eher so aus dem Bereich Versicherung und Beratung kommend, was hat dich bewogen, uns hier zu finden, zu suchen und wie ist das von sich gegangen? Also mich hat ein Kumpel angefixt, mir überhaupt mal einen Podcast anzuhören und dann habe ich überlegt, okay, was könnte mich interessieren? Ich höre tatsächlich relativ häufig Musik, wenn ich im Auto fahre und habe dann eine Alternative gesucht. Und ja, beim Thema Podcast über Wirtschaft bin ich dann auf Content Marketing gekommen, weil das eine Sache ist, die mir persönlich Spaß macht. Und ja, da bin ich wie die Jungfrau zum Kinder sozusagen zu euch beiden zu Geschichten, die verkaufen gekommen. Ach, sehr cool. Tim, dann bist du tatsächlich wirklich über die native Suche, also über das Suchfenster bei iTunes, also bei Apple Podcasts sozusagen, weil du nach Content Marketing gesucht hast, bist du zu uns gekommen, auf uns gestoßen. Da sind wir natürlich gut gerankt, weil wir natürlich SEO-freundlich produzieren und zwar jede unserer Podcast-Folgen. Das ist sehr cool, das ist ein cooler Insight, den wusste ich so im Detail noch gar nicht, dass Tim wirklich über die Suche zu uns gekommen ist. Also Tim, ich wusste, dass du über den Podcast gekommen bist, dass du Hörer warst, aber dass du so zu uns gekommen bist, das freut mich sehr zu hören. Also es zeigt einfach mal wieder, wie gut das Content Marketing System von Geschichten, die verkaufen, funktioniert. Ja, und es zeigt aber auch, dass die erste Frage, immer wenn du mit jemandem in Kontakt kommst, eigentlich sein muss, wie bist du auf mich oder auf uns gestoßen? Weil dann kannst du es am Ende des Tages auch bewerten. Cool, aber wusstest du schon, dass du überhaupt in dem Bereich was machen musst oder kam das, war das jetzt vielleicht ein Corona-Baby sozusagen, dass du gemerkt hast, das ist was anders als sonst? Wie kam das für dich? Also tatsächlich ist es so, dass ich seit der Corona-Pandemie etwas mehr Zeit habe und das setzt sich daraus zusammen, dass einfach bei mir die Fahrerei wegfällt zwischen den Kundenterminen. Es findet unheimlich viel online statt, was vorher in Präsenz stattgefunden hat und diese freie Zeit habe ich mir überlegt, in was Sinnvolles zu investieren, nämlich in meine Fort- und Weiterbildung. Und ja, so ist das Ganze letztendlich mal zustande gekommen. Cool, das ist schon mal noch so ein Nugget, ne? Also die Bildung, die du in dich steckst, nimmt dir auch keiner mehr weg. Egal, ob du ein Kurs abstürzt, ob eine Pandemie kommt, damit bist du schon mal safe. Aber was mich interessiert, was, also erstell dich mal vor kurz, also wer bist du, was machst du eigentlich? Ich weiß, du bist ja so ein Familienmensch und du bist im Sport engagiert. Erzähl mal den Leuten da draußen so ein bisschen, wer du bist, was man über dich wissen muss. Ja, mein Name habe ich jetzt schon relativ häufig gehört, also Tim Launhardt, bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Töchter, stecke gerade mitten im Hausbau und komme aus dem Süden des Nordens, also genauer aus Osterode am Harz und leite da eine Versicherungsagentur. Ich habe fünf Mitarbeiterinnen und bin, wie du schon sagst, Familienmensch, Sportler und dann kommt noch die Arbeit und dann ist irgendwann der Tag auch meistens zu Ende. Super cool. Tim, sag mal, was war denn deine größte Herausforderung beziehungsweise was hat dich am Ende zu Geschichten, die Verkaufen gebracht? Also tatsächlich, ja, über den Podcast, der einfach sympathisch daherkam, da habe ich tatsächlich so, ja, vielleicht zwei, drei, vier, fünf Folgen gebraucht, bis ich dann gedacht habe, ach, melde dich einfach mal. Und dann kam es ja zum Ersttermin und ich habe für mich einfach gedacht, ja, probiere einfach mal, guck mal, was die beiden so zu bieten haben und habe dann relativ schnell gepasst, A, die Chemie stimmt und B, die Inhalte stimmen. Und letztendlich bin ich ja als Versicherungsmensch auch nichts anderes als ein Geschichtenerzähler im positiven Sinne, weil wir halt unheimlich viel mit Beispielen arbeiten. Jeder, der irgendwo in einer bestimmten Lebenssituation steckt, lässt sich fast mit anderen vergleichen. Es ist immer individuell, aber letztendlich geht es immer darum, auch die Möglichkeit zu nutzen, eine gute Geschichte zu erzählen und ja, einfach nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke zu kommen. In einer Welt, die sowieso schon langweilig genug ist, sondern das auch noch eine schöne Geschichte zu verpacken. Hammer. Merkst du denn in deinem Daily Business, jetzt mal unabhängig von Podcast, LinkedIn so, merkst du es auch in der echten Welt, also so in der, wo noch echte Menschen miteinander agieren. Merkst du dann Impact? Haben sich auch deine Verkaufsgespräche, deine Beratungsgespräche, haben die sich verändert und hat das was damit gemacht? Ja, hat sich definitiv verändert. Also es geht vor allem ums Thema Selbstverständlichkeit. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer. Also das gilt auch nicht nur fürs Fachliche. Also wenn ich mich fachlich natürlich sicher fühle, dann bewege ich mich auf bekannten Terrain und bin dementsprechend auch vielleicht ein Stück weit selbstbewusster. Und wenn ich weiß, dass ich einfach auch mir das Handwerkszeug geschaffen habe, auch, sage ich mal, gut und verständlich meine Inhalte zu vermitteln, gib mir das Sicherheit. Und das spiegelt sich dann nachher auch in positiven Gesprächen wieder. Das ist super. Weißt du, was ich bei dir von Anfang an cool fand? Ich glaube, ihr hattet es im allerersten Live-Call. Als Versicherungsvertreter erzählen ja viele Menschen Angstgeschichten, ne? Also dieses stellen sie sich vor, ein Tropfen Benzin würde ins Grundwasser, 10 Millionen Liter sind verseucht und sie müssen dafür aufkommen und haben keine Haftpflichtversicherung. Das sind ja diese Horror-Stories, ne? Und das finde ich halt echt richtig ätzend. Also ich finde das sogar verabscheuungswürdig. Ich finde es auch überhaupt nicht cool. Aber bei dir ist der Ansatz, du erzählst ja positive Geschichten. Das hast du auch immer schon gemacht. Und man merkt so, also die Sonne scheint aus dir raus. Das habe ich schon vom allerersten Moment gemerkt. Du bist so ein positiver Typ und du hast ja auch schon geile Geschichten erzählt. Aber was hat sich jetzt in deiner Art und Weise geändert, wie du Geschichten erzählst? Also erstmal geht es bei mir nicht darum, dass ich eine Einzelperson bin, sondern ich bin Teamchef und habe letztendlich die Inhalte, die ich bei euch aufgesaugt habe, quasi wie ein Schwamm, dann auch an mein Team weitergegeben. Und habe so eine gemeinsame Ebene und Plattform geschaffen in der Agentur, sodass wir alle gleich kommunizieren. Und bei euch so die Themen, die relativ am Anfang kommen, so wie Wertekanon, Erstellen einer Bayer-Persona. Das haben wir also wirklich, ja, ist in die DNA quasi meiner Agentur übergegangen und hat einen ganz, ganz tollen Effekt, dass ich glaube allen unterm Strich das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht einfach. Und du hast es eben schon gesagt, dir geht es immer halt von der positiven Seite an. Ich hasse es, Schwarzmalerei zu betreiben und mit Angst zu verkaufen. Das mache ich überhaupt nicht und erzähle viel lieber schöne Dinge. Aber das ist super, weil Tim, genauso wie du es umgesetzt hast, mit gutem Beispiel voranzugehen, als Geschäftsführer, als Leitwolf sozusagen in deiner Agentur, deine Mitarbeiter zu enablen, mitzuziehen, auf die Reise mitzunehmen, das ist einfach der Hammer. Also du hast es wirklich perfekt umgesetzt. Und das haben wir auch immer schon in den Live-Calls gemerkt, dass Tim sehr fleißig war in der Umsetzung, immer sehr schnell adaptiert hat aufs eigene Unternehmen. Und du immer mit super Beispielen natürlich auch gekommen bist. Also immer sofort auf die Praxis natürlich gespiegelt, was ja der, das ist ja unser größtes, also unser größtes Tun sozusagen ist ja, unsere Teilnehmer immer sofort ins Handeln zu bringen. Wir hatten es heute, heute hatten wir wieder einen Live-Call, das war der zweite heute. Wisst ihr, es ist so wichtig, das Gelernte sofort umzusetzen. Und ich habe es gerade gesagt, der Tim hat es immer perfekt gemacht. Es gibt aber auch Menschen, die natürlich erst lernen wollen und dann, nachdem sie fertig gelernt haben, in die Umsetzung kommen wollen. Das ist bei Content-Marketing und bei Storytelling nicht der richtige Ansatz. Du musst so schnell wie es geht mit deinen Inhalten rausgehen. Du musst ins Testing kommen. Du musst dir verstehen, was funktioniert bei mir? Wovon soll ich mehr machen? Wovon soll ich weniger machen? Und da bringt es dir leider nichts, wenn du halt ewig wartest und nicht zum Testen anfängst. Und das hast du einfach super umgesetzt. Ich finde stark, Tim, wie du deine Mitarbeiter mitgezogen hast, wie du sie enabled hast und wir jetzt zusammen als Gruppe, als Agentur zusammen ganz vorne mit dabei seid und Content-Marketing und Storytelling betreibt. Das finde ich wirklich klasse. Ja, danke. Und doppelt danke, ne? Da habe ich aber eine gute Frage dazu. Ich meine, das sind ja alles, gehe ich mal davon aus, Fachfremde. Also wahrscheinlich keine Marketing-Experten bei dir, die da sitzen, oder? Und du ja auch nicht. Jetzt aber mal in Medias-Race. Also man kann ja auch sagen so, ja, dass, klar, der Bernhard, der kommt irgendwie aus dem Fernsehen und aus einer eigenen Company. Ich war mal Fernsehproduzent. Ist ja klar, dass wir das können. Wie ist das, wenn du fachfremd bist? Hattest du, wie war, also wie konntest du dich dem Thema nähern? Und wie konntest du es dann auch deinen Mitarbeitern nochmal mitgeben? War das Rocket Science oder ist das was, was du sagst, das kann man implementieren, auch in einem laufenden Business oder in einem laufenden Betrieb? Also Raketenwissenschaft auf gar keinen Fall. Also ihr habt es eben schon zwei, drei Mal anklingen lassen. Es geht einfach darum, die Sachen sofort ins Tun zu bringen, sofort loszulegen, kleine Schritte zu machen, anstatt am großen Berg quasi zu verzweifeln. Also ich sage, nutze immer gerne bildliche Sprache und sage, ein kleiner Zug, der muss erstmal über einen kleinen Stein loshäupern. Aber wenn er erstmal im Rollen ist, können auch mal ein paar Felsbrocken auf der Schiene liegen und dann werden die einfach aus dem Weg gepustet. Und genau darum geht es, einfach loszulegen. Und in dem Moment, wo man sich nicht alleine fühlt, und das passiert A, durch dieses Workshop-Format, und B, indem man hinten drangesetzt sein Team noch dann mit ins Boot holt, macht das Ganze nicht nur mehr Spaß, sondern festigt auch unheimlich die Inhalte. Also es geht relativ schnell, dass es bewusst umgesetzt wird. Und nein, das hat mit höherer Mathematik, Raketenwissenschaft oder ähnliches überhaupt nichts zu tun, sondern einfach nur loszulegen und dann einfach mal ausprobieren, was funktioniert. Ein paar Sachen funktionieren halt auch nicht gut, dann lässt man die halt eben bleiben, zieht seine Lehren draus und dann ist gut. Cool. Und das Loslegen, Tim, das hat bei dir richtig gut funktioniert. Du hast dich ja für deinen Owned Media Channel, also für deine Owned Media, für deinen Hauptkanal oder einer deiner Hauptkanäle ja für einen Podcast entschieden, was den Content angeht. Und Uwe hat es ja anfangs schon erwähnt, da bist du ja gleich direkt gut eingestiegen auf Platz 13 der Wirtschaftscharts im Bereich neue Podcasts, also den Neuvorstellungen. Was war das für ein Gefühl für dich? Also wie hat sich das angefühlt, in die Vorproduktion zu gehen? Wir waren ja da auch viel im Sparring, das heißt, wir haben ja viel an deinem Cover gearbeitet, dass das perfekt einfach rüberkommt, dass du als Personenmarke natürlich da auch gut rauskommst, dass es ganz klar ist, was du kommunizierst, also was es bei dir gibt sozusagen, was der Zuhörer erwarten kann im Podcast. Wie war die Vorbereitung für dich und wie war dann vor allem der Launch für dich? Also die Vorbereitung war halt schon ein bisschen stressig, wobei der Druck halt dann selbst gemacht war, einfach weil ich gesagt habe, ich muss jetzt ins Tun kommen und habe dann erstmal allen erzählt, dass ich einen Podcast starte. So, da hatte ich aber noch nicht angefangen. Und dann habe ich noch einen draufgesetzt und habe gesagt, das Ganze beginnt im Februar. So, live gegangen ist es dann tatsächlich am 28. Februar, also wirklich ganz dann zum Schluss. Und gerade so in der Woche davor war ich extrem aufgeregt dann. Die ersten drei Folgen hatte ich gleich eingespielt. Und ja, hatte dann, Bern hat ja auch noch ein paar technische Fragen, weil ich natürlich auch unbedingt wollte, dass das den Sonntag, was ich mir vorgestellt hatte, dann auch alles rechtzeitig live geht. Und ja, die Aufnahmen tatsächlich haben mir Spaß gemacht. Und ja, da ist es halt auch so, ihr habt das ganz gut vermittelt und ich habe mir auch ein paar andere angehört. Die erste Folge ist meistens, ja, so ein bisschen für die Tonne, weil man ist ja dementsprechend absoluter Neustarter. Und wenn man das halt eben für sich einfach mitnimmt und sagt, ach, weißt du was, die erste Folge und auch die zweite und die dritte, die wären eh nicht so gut, dann geht man auch ein bisschen lockerer an die Geschichte dran. Und dann kommt es, glaube ich, dann einfach auch sympathischer rüber. Total cool. Was hast denn du gemacht, um das publik zu machen? Also so ein Podcast geht ja nicht von alleine in die Charts. Da muss man ein bisschen was für tun. Es ist ja wirklich, wir sagen ja immer, es ist ein Marathon. Also mit allem, was Content ist. Aber wenn man dann was gemacht hat, dann gibt es auch sofortige Ergebnisse. In dem Fall halt eine fette Chartsplatzierung bei dir. Was hast du denn gemacht, damit viele Menschen davon mitbekommen? Weil ich glaube, du bist ja auch so ein Mensch. Du hast ja echt eine gute Mischung aus digitalen und nicht-digitalen Kontakten. Und wie hast du das genutzt in der Mischung? Ja, ich habe einfach alle Kanäle genutzt, die ich zur Verfügung hatte. Also ich habe alle meine Kunden, ich betreue ungefähr 2.400 Kunden. Davon haben vielleicht, weiß ich nicht, 1.500 oder sowas eine E-Mail-Adresse. Haben also alle von mir eine Mail bekommen mit der Bitte, mich da mal zu unterstützen und sich das mal anzuhören und eine positive Bewertung, wenn es gefallen hat, darzulassen. Dann habe ich es ja im Freundeskreis natürlich publik gemacht, habe es in meinem WhatsApp-Status untergebracht, habe an alle eine Nachricht geschickt per WhatsApp, habe das bei Facebook veröffentlicht, bei Xing, bei LinkedIn und bei Instagram. Und mehr ist mir nicht eingefallen. Also tatsächlich alle Kanäle, die ich irgendwie hatte, habe ich gespielt den Tag. Da fehlt auch nur noch TikTok, dann hättest du eigentlich auch schon alles gehabt. Und MySpace, noch mit einem alten Account. Echt legendär. Beweist auch wieder nur unser Credo, dass die E-Mail immer noch nicht tot ist, sondern ganz im Gegenteil. Die E-Mail ist ein unfassbares Tool, aber eben auch deine echten Kontakte. Und ich meine, du bist ja auch hochgradig dort lokal tätig, bist lokal engagiert. Und sowas ist eben auch, du hast einen echten Personal Brand, würde ich behaupten. Das ist ja immer das, was wir im letzten Podcast mal hatten. Ein Personal Brand ist eben nicht nur das, was digital ist, sondern was im echten Leben passiert und wie sich wirklich jemand um seine Kunden kümmert und um Mitmenschen. Und das, korrigiere mich, aber das ist bei dir einfach extremst ausgeprägt. Und das wird dann eben auch belohnt in so einer Situation. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Was sind jetzt so, hast du schon irgendwelche Auswirkungen? Also hast du schon irgendwie Leute, die sagen, ich höre ihren Podcast oder in der und der Folge haben sie mal das und das gesagt? Was sind so die ersten Feedbacks und die ersten Ergebnisse vielleicht auch? Also es gibt unterschiedliche Feedbacks. Das eine direkt bei mir vor der Haustür, aus meinem Bekanntenkreis oder auch so aus meinem Kundenkreis, wo ich dann mal dann zu hören kriege, ja, ich habe mir deinen Podcast angehört letzten Sonntag oder teilweise schon fast entschuldigend. Tut mir leid, ich habe mir deinen Podcast noch nicht angehört, mache ich aber noch, wenn ich Zeit habe. Also das finde ich auch mal persönlich dann ganz, ganz witzig und zeigt halt auch, dass die Bindung halt passt. Also das ist, bei mir ist es kein klassisches Verkäufer-Kundengeschäft, sondern es ist eine Partnerschaft. Und ich suche mir meine Kunden insofern aus, dass ich einfach die Leute um mich versammle, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, mit zusammenzuarbeiten. Und das spiegelt sich da halt dann auch wieder. Und ich habe tatsächlich jetzt ein paar Kollegen, die mich darauf angesprochen haben. Ich habe es auch im Kollegenkreis geteilt, weil ich persönlich halt dann auch immer sage, so ein Best-Practice-Austausch tut jedem gut und ja, tu Gutes und sprich drüber. Auch ganz, ganz interessant. Habe jetzt auch schon eine Folge mit einem Kollegen von mir zusammen gemacht und hatte schon den einen oder anderen Gast im Podcast. Das wäre sonst auch nie zustande gekommen. Und man kommuniziert natürlich auch nicht immer nur über, es geht nicht immer nur ums klassische Geschäft, sondern eben halt auch mal um Podcast und dann schweift man mal ein bisschen ab. Und das macht halt einfach unheimlich viel Spaß, weil es dadurch breiter wird. Ja, es zeigt halt einfach wieder, dass der Podcast einfach ein wahnsinniges Networking-Tool ist, aber auch natürlich ein Business-Development-Tool, also wirklich echtes Neugeschäft zu machen. Und das ist oft nicht so, dass es so fortkommt. Sowas dauert natürlich auch und man begleitet viel mehr einen Interessenten auf seiner Kundenreise. Und da kommt eben genau Content-Marketing oder wie jetzt bei dir, Tim, der Podcast ins Spiel. Weil vielleicht ist einer deiner Zuhörer wahrscheinlich auch ein Interessent, wahrscheinlich der gerade oder sie gerade auf der Suche nach einem neuen Versicherungsschutz ist, aber sich noch gar nicht bewusst ist, dass es den vielleicht gibt oder wo sie den abschließen könnte. Und dann kommst natürlich du ins Spiel, Tim, weil du diese Person begleitest mit den Inhalten. Du gibst ihnen Mehrwert an die Hand, du klärst auch auf, du machst das Ganze unterhaltend, nicht mit Angst, sondern eher positiv, was natürlich dann eh beflügelt. Aber du begleitest die Menschen innerhalb ihrer Kundenreise. Und das ist wirklich das Stärkste beim Content-Marketing. Jetzt hast du ja auch schon seit sieben Wochen, bist du online sozusagen. Jetzt hast du irgendwie, wie viele Downloads, Abrufe oder Menschen, was erreichst du so gerade? Also ich habe vorgestern, glaube ich, das letzte Mal reingeguckt. Da waren die ersten zehn Episoden, die jetzt online sind oder sind es elf. Ich glaube, es sind zehn, waren mit 1.100 Downloads. Oh, die 1.000 geknackt, sehr gut. Die 1.000 geknackt. Genau, deshalb habe ich jetzt auch zwei Tage erst mal nicht geguckt, als das kurz vor der Schwelle war. Da haben wir wirklich geguckt. Ja, geht halt dann sonntags immer dann stark hoch und flacht so ein bisschen ab dann über die Woche. Weshalb ich tatsächlich auch schon überlegt habe, ob ich unter der Woche, so wie ihr es auch macht, quasi noch einen reinschiebe. Aber für den Moment lasse ich es erst mal so, weil es aktuell wirklich, also es mir Spaß macht. Ich bin tatsächlich in den Inhalten noch so kapitelfest, dass ich mich jetzt nicht ellenlang drauf vorbereiten muss. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr angenehm und braucht dann tatsächlich auch gar nicht so viel Zeit für eine Folge. Jetzt musst du noch sagen, Tim, wie heißt denn dein Podcast überhaupt? Ach so, ja, genau. Der heißt Netzwerkversicherung. Den werden wir hier drunter verlinken übrigens, damit ihr den auch findet. Hört da rein und lasst bitte mal ein Abo da. Auf jeden Fall. Gib dem Tim auf jeden Fall ein Abo. Bald heißt es ja Follow. Ja, genau. Ja, würde mich persönlich freuen. Gerne eine ehrliche Bewertung da lassen und ja, einfach mal reinhören. Netzwerkversicherung. So, jetzt habe ich es sogar zweimal untergebracht. Sehr gut. Sag mal, und was ich ja auch so cool finde, ich weiß nicht, ob dir das auch schon so gegangen ist, wenn man das mal aufgenommen hat, ist das ja wie so ein Archiv. Und wenn man später mal eine Frage gestellt bekommt zum Thema, worüber sollte ich irgendwie oder worauf sollte ich achten bei XY, kann man immer sagen, ach, weißt du was, ich könnte es dir jetzt irgendwie hier am Telefon erklären, aber du kannst es dir auch einfach anhören. Ich habe da nämlich eine Episode aufgenommen. Also es vereinfacht auch die Kundenpflege und die Betreuung und auch die Informationen, die Beratung, weil man den Leuten immer was zuschicken kann, was sie hören können, wenn sie gerade Zeit haben. Und nicht, wenn irgendwie du gerade Zeit sozusagen im Auto hättest oder irgendwie die gerade irgendwas unterbrechen müssten. Das ist auch ein unfassbares Wissensarchiv, was du zukünftig in deiner Beratung natürlich wunderbar einbauen und einpflegen kannst. Also ich habe es tatsächlich auch zum Beispiel meine E-Mail-Signatur eingebaut. Mit dem Hinweis, hast du dir den aktuellen Podcast schon mal angehört und verweise dann darauf. Also tatsächlich einfach, weil es einen Mehrwert bietet. Und ich mache es grundsätzlich tatsächlich schon seit, ich glaube, einem Jahr so, dass ich Angebote zum Beispiel nicht mehr einfach so per Mail rausschicke, sondern schicke ein kurzes Erklärvideo immer noch dazu, um den Ton halt noch dazu zu bringen und mir nicht die Finger auf uns schreiben zu müssen. Und tatsächlich habe ich genau das, was du mir angesprochen hast, auch schon ein paar Mal gemacht. Habe gesagt, hör dir doch mal Folge 4 im Podcast an, wie ich meinen Hausbau versichert habe oder wie ich meine Kinder versichert habe zum Beispiel. Ich glaube, das hilft dir dann schon mal weiter. Das ist echt cool, ja. Großartig. Was sind denn deine nächsten Pläne jetzt noch für 2021 in deinem Content? Was hast du noch so vor? Oh, jede Menge. Also zum einen habe ich jetzt schon, ach, ich weiß gar nicht, fünf, fünf, sechs Interviewpartner geplant aus den unterschiedlichsten Bereichen, wo ich auch einfach mal neugierig bin. Verlasse da tatsächlich auch so ein bisschen die Welt der Versicherung, weil es nicht nur um das Thema gehen soll, sondern auch ein bisschen mit Aktualitätsbezug und einfach so interessante Themen, die mich interessieren und wo ich sage, da bin ich mir sicher, dass die auch für andere spannend sind. Dann werden ein paar Fachthemen natürlich noch dazukommen. Ich rufe immer regelmäßig dazu auf, mir einfach mal zuzurufen, was so von Interesse ist. Und da weiß ich jetzt eine der nächsten Folgen, vielleicht sogar die nächste, wird sich mit Baufinanzierung beschäftigen. Private Altersvorsorge wird häufig nachgefragt tatsächlich, was aber sehr, sehr facettenreich ist. Da bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich sowas dann unterbringe, weil ich eigentlich auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen will mit den Inhalten, damit es einfach noch leicht hörbar ist. Und ich will ja eigentlich auch nur die Angel quasi auswerfen, neugierig machen und dann sagen, so, wenn ihr Bock habt auf einen Deep Dive, wie ihr immer so schön sagt, dann sprecht mich einfach an. Genau so soll es sein. Super, Tim. Sehr geil. Das ist mehrwertgetriebene Kommunikation, wo Menschen einfach schon mal einsteigen können, auch während du gerade was anderes machst, nämlich zum Beispiel eine Beratung oder irgendwas Verwalterisches. Oder ein Haus bauen. Oder ein Haus bauen oder mit deinen Kindern abhängen. Das ist wunderbar. Wir freuen uns auf deine Erfolge. Halt uns da gern auf dem Laufenden. Das Ganze geht jetzt erst seit sieben Wochen, aber ich glaube, da braut sich was zusammen. Hast du auch jetzt schon irgendwie die ersten Ergebnisse. Du hast diese wunderbare Chance-Platzierung. Und ja, wenn wir dürfen, würden wir dich gerne vielleicht in einem halben Jahr nochmal gerne einladen. Nochmal hören, was dann passiert ist, wenn die Welle bricht. Und mal gucken, ob wir dich dann überhaupt noch vor die Kamera bekommen oder ob du dann schon sagst, die beiden Jungs, ich, zu klein für mich, kann ich nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ja, dann muss ich es jetzt gleich zusagen. Also, wenn ihr anfragt im halben Jahr, stehe ich Gewehr bei Fuß und dann machen wir das nochmal. Klar, gerne. Wir haben es auf Video. Wir werden dich daran erinnern. Da kommst du nicht mehr raus, Tim. Absolut. Also, Leute, checkt bitte diesen Podcast von Tim aus. Lasst ihm eine ehrliche Bewertung da. Abonniert das, wenn ihr euch informieren wollt. Was mich so begeistert, deine Marke, an der wir auch gearbeitet haben oder die wir nochmal präzisiert und geschärft haben, ist ja ganz klar, dieses Thema, was du gesagt hast, du empfiehlst nur Produkte und Lösungen, die du selber einsetzt oder womit du deine Familie absicherst. Und das ist eine ehrliche Aussage. Das ist ein schönes Storytelling. Das ist eine tolle Positionierung. Und wenn du die jetzt nach draußen trägst und noch mehr Menschen als diesen tausend, die du jetzt sowieso schon hast, noch angedeihen lässt, dann wird das Früchte tragen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Und da wünschen wir dir viel Erfolg bei. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an euch beiden loswerden. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht und macht weiter so auf eurem Weg. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch vielen anderen noch weiterhelfen kann. Wenn ihr eine positive Referenz habt, dann gebt meine Nummer weiter. Dann breche ich eine Lanze für euch. Boah, vielen herzlichen Dank. Oh Gott, ey. Vielen Dank. Jetzt gehen wir ganz entspannt ins Wochenende. Und das wünschen wir dir und deiner Familie auch. Habt ein wunderbares Wochenende. Und wir freuen uns auf die nächste Episode. Auf jeden Fall. Und wenn du da draußen es wie Tim machen willst und einen Podcast, einen YouTube-Channel, einen eigenen Blog oder was auch immer im Content-Marketing und vor allem im Business-Storytelling machen möchtest, dann melde dich gerne bei uns, würde ich sagen. Oder, Uwe? Sei mehr wie Tim. Sei wie Tim. Vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Findest du alles auf geschichtendieverkaufen.de. Da findest du oben in der Navigation Erstgespräch vereinbaren beziehungsweise ein Beratungsgespräch, auch den Lehrplan. Du findest einige Kundenstimmen, unter anderem auch Tims Kundenstimme, der uns auch ein tolles Testimonial gegeben hat. Da findest du alles. Wir freuen uns, um dir zu hören. Also, und ich würde sagen, Tim, vielen Dank für das Interview, für deine coolen Infos und für deine Erfolge, die du auch noch in Zukunft feiern wirst. Hat uns mega gefreut. Und jetzt wünschen wir dir vor allem viel Erfolg beim Hausbau. Ganz genau. Ja. Cool. Zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Ciao.